Die verzauberte Stadt Einstmals lebten dort, wo heute Petburi liegt, keine Menschen, denn es war tiefster Urwald. In diesem Urwald gab es eine Lichtung, wo man täglich frischen Reisstroh finden konnte, wenn einen der Weg durch den Wald führte und man zufällig auf diese Lichtung trat. Waldläufer behaupteten, ganz in der Nähe der Lichtung liege eine verzauberte Stadt, deren Bewohner die Fähigkeit besäßen, sich unsichtbar zu machen. Schön von Gestalt und rein von Angesicht sollten die Bürger der verzauberten Stadt sein. Wie gewöhnliche Menschen sollten sie ihren Lebensunterhalt finden im Anbau von Reis und Gemüse. Aber niemand hatte je einen Bürger der verzauberten Stadt zu Gesicht bekommen. Nur ihr Reisstroh, das konnte jedermann sehen, der auf die Lichtung trat. Einst lebte in der Nähe ein Waldmann, dessen Beruf es war, die Zuckerpalmen des Waldes abzuernten. So kletterte er Tag aus, Tag ein auf die Palmen auf und ab, wechselte die Bambusflaschen aus und sammelte das gewonnene süße Palmwasser ein. Eines frühen Morgens kam er auch in die Nähe jener Lichtung und als er sich gerade in die Krone einer der Palmen dort zu schaffen machte und sein Blick wie zufällig zur Erde hinabfand, da sah er Menschen auf der Lichtung treten, die aus einer Höhle kamen und etwas auf der Schulter herumschleppten. Sie luden ihre Last im Walde ab und verschwanden wieder, wie sie gekommen. Am Abend wiederholten sich das Gleiche vor den Augen des aus seinem Versteck in der Palmenkrone hervorlugenden Mannes. Wieder kamen Menschen aus der Höhle hervor, gingen in den Wald und verschwanden mit ihren Lasten alsbald wieder in ihrer Höhle. Der junge Mann stieg von seiner Palme herab und nachzusehen, was da aus der Höhle hervorgeschleppt worden war. Aber er konnte nichts finden. Beim Morgengrauen des nächsten Tages erstieg er wieder die Palme und lugte herab. Da kamen sie wieder hervor aus der Höhle, die sonderbaren Menschen, und schleppten ihre Lasten in den Wald. Als sie verschwunden waren, kam der Mann herab und suchte zwischen den Bäumen nach den Dingen, die dort abgeladen worden waren. Aber nichts fand er außer welken Blättern. Eines davon nahm er mit, als er wieder auf seine Palmen stieg. Es entfiel ihm aber und flatterte zu Boden. Am Abend kamen die Menschen wieder aus der Höhle hervor, nahmen im Walde auf, was sie am Morgen dort versteckt hatten, und kehrten damit um zu ihrer Höhle. Nur eine junge Frau blieb im Walde zurück. Sie setzte sich hin und weinte. Als der Mann in der Palmkrone sie weinen sah, kam ihm der Gedanke, dass ihr Kummer vielleicht zusammenhänge mit dem Blatt, das er des Morgens mitgenommen. Er kam aus seinem Versteck herab und fragte die Frau. Warum sitzt du hier und weinst? Die Frau antwortete, weil mir eines meiner Blätter abhandengekommen ist. Da ging der Mann das Blatt holen und gab ihn ihr zurück. Die junge Frau freute sich sehr und ihre Dankbarkeit verwandelte sich in Liebe. Sie lud ihn ein, bei ihr zu bleiben, und obgleich er schon eine Frau hatte, war er von ihrer Liebreiz so betört, dass sich die Leidenschaft regte und er der fremden, jungen Frau folgte. So kam der Mann in die verzauberte Stadt. Er lebte mit der Geliebten glücklich und vergaß sein Zuhause. Nach Ablauf eines Jahres gebar sie ihm ein Kind. Nun musste der Mann für das Kleine sorgen, denn das ist in der verzauberten Stadt die Aufgabe der Männer. Die Frau ging indes aus dem Haus, um zu arbeiten. Eines Tages, als die Mutter wie gewöhnlich ausgegangen war, fing das Kind an zu weinen. Der Vater versuchte es zu trösten und sprach, ruhig geliebtes Kind, dort drüben kommt ja die Mutter schon. Die Schwiegermutter hatte das gehört, kam heraus und fragte, wie soll meine Tochter jetzt schon zurückkommen? Der Mann antwortete, natürlich kommt sie noch nicht. Ich habe mit meinen Worten das Kind nur beruhigen wollen, damit es aufhört zu weinen. Nun muss man wissen, dass es oberstes Gesetz in der verzauberten Stadt ist, die Wahrheit zu sagen. Auch die geringste Unwahrheit ist streng verpönt. Darum wurde die Alte böse, als sie hörte, dass sie Schwiegersohn nicht von der hässlichen Sitte der Menschen von draußen ablassen konnte. Als ihre Tochter von der Arbeit nach Hause kam, sagte die Alte, Deinen Mann können wir hier nicht behalten, weil er die Unwahrheit spricht. Darum eile und jag ihn fort. Die Frau musste gehorchen. Sie sprach zu ihrem Mann und erklärte ihm, dass seines Bleibens hier nicht länger sein könnte. Aus Liebe, denn sie liebte ihn noch immer, grub sie im Garten eine Zahl Ingwerknollen aus, legte sie in einen Sack und führte ihn aus der verzauberten Stadt hinaus. Der Mann fühlte sich, als habe er sein Herz verloren, denn auch er liebte die Frau über alles. Aber was sollte er tun? Als er aus der Höhle herausgetreten war, fand er nicht mehr hinein. Gedanken verloren machte er sich auf den Weg nach Hause und warf die Ingwerknollen eine nach der anderen fort. Nur eine einzige behielt er übrig. Seine erste Frau erkannte ihn sogleich wieder, als er auf die Hütte zutrat. Sie freute sich und glücklich umarmte sie ihn. Dann grief sie nach dem Sack und schaute hinein. Es lag ein Goldtumpen drin. Sie fragte ihren Mann, woher er ihn habe. Da wunderte er sich und sprach. Ich habe einen Menschen getroffen, der gab mir einen Sack voll Ingwerknollen. Der Sack wurde mir zu schwer und darum habe ich das meiste weggeworfen. Wie hätte ich auch ahnen können, dass aus den Knollen Gold werden würde. Schnell kehrte er zurück in den Wald, aber wie viel er auch suchen mochte. Er fand die Ingwerknollen nicht. Traurig und mit leeren Händen musste er schließlich umkehren.